Die Rallye geht weiter. Der Markt, der kennt keinen Halt mehr. Er stürmt nach oben. Der DAX zumindest mal. Fangen wir mit dem als erstes an. Er hat beste Voraussetzungen. Jetzt, nachdem er an der ersten, naja, ersten ist vielleicht falsch, aber an der nächsten großen Widerstandschance, das ist das richtige Wort dazu. Hier sind verschiedene Marker. Das ist ja kein Beweis, dass der Kurs da dreht. Weder, dass er da hingeht, noch dass er an der Stelle dreht. Aber es ist ein Hingucker. Und da müssen wir gucken, was macht der Markt. Und aktuell, das sehen wir hier beim Index, wir sehen es auch auf den kleineren Zeitebenen, ist das, was er im Moment da tut, noch überhaupt kein Zeichen für eine Wende. Zumindest aktuell nicht zu sehen. Und jetzt, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, wenn wir so knapp unter das letzte hochgekommen sind, das ist ja nicht mehr so arg weit, das letzte Allzeithoch 16.033, jetzt nicht auf Millimeter genau, aber so ungefähr, dann würde ich fast sagen, ja, das holt er sich auch noch, bevor er die Korrektur macht. Warum macht er das? Ja, vielleicht ein bisschen Boshaftigkeit ist dabei. Manch einer mag das dem Marktteilnehmern unterstellen. Aber der Markt liebt das, falsche Ausbrüche zu tun. Das haben wir so häufig, dass man es nochmal einmal ganz bisschen höher geht. Machen wir mal das hier weg. Das brauchen wir im Moment nicht mehr. Das ist hier nochmal über dieses Alter ein bisschen drüber und dann geht er wieder runter. Auch hier ein bisschen drüber und dann geht er wieder drunter. Das ist natürlich nicht immer so, aber wundern würde mich es nicht, insbesondere, weil die Bewegung ja schon recht lang gelaufen ist, dass er sagt, so jetzt gucken wir einmal drüber und dann springen wir wieder oder dann fallen wir wieder erstmal ein bisschen zurück. Aber ich habe es mehrfach gesagt, auch das Zurückfallen ist kein Beweis dafür, dass die Bullen komplett aufgeben, sondern es ist eigentlich eher nur ein Hinweis darauf, dass das Ganze eine hoffentlich dann schöne Pause sein wird. Deshalb ist es gar nicht so unrelevant zu gucken, wie dieser Verlauf aussieht. Wenn er eben ein bisschen wackelig runterkommt, wäre das gar nicht so schlecht. Aber wollen wir darüber noch gar nicht reden, denn noch gibt es dafür keinen Ansatz, also keinen echten zu sehen. Wir sehen, dass die letzte Bewegung ist nahezu nur nach oben gerichtet. Also wichtig, kommen wir jetzt abermals in irgendwie sowas, in irgendwie sowas, in irgendwie was Wackeliges oder kommen wir jetzt endlich mal in eine scharfe Abwärtsbewegung, dass man dann sagen kann, okay, dann geht es halt doch jetzt erst nochmal ein bisschen runter. Das werden wir sehen. Noch gibt es keine Anzeichen dafür. Amerika wird uns das nachher wohl noch beibringen. Es sieht grundsätzlich ganz ähnlich aus beim amerikanischen Markt. Auch der scheint noch nicht wirklich ermüdet zu sein. Wir sehen, dass auch dieser noch tapfer nach oben strebt. Ich hatte ja ein Signal rausgeschickt hier, Trade des Tages, beziehungsweise über Born for Trading zum Dow Jones beispielsweise. Das ist bei den anderen Indizes ähnlich mit einer gewissen Chance, dass sich aus dieser Situation jetzt ein Ausbruch sozusagen in eine starke Ausbruch in eine Richtung eben ergibt, wie das häufig der Fall ist. Man sieht das immer wieder mal, dass diese Dinger an so einer Wende sind oder an einer möglichen Wende und dass man das gegebenenfalls nutzen kann. Also schaut euch das an, wenn ihr das noch nicht kennt, was ich da zuvor geschlagen habe. Ansonsten kann man aber nur sagen, naja, eigentlich wären Rücksetzer auch hier sinnvoll, aber der Markt muss es halt auch tun. Und jetzt blättern wir uns mal durch die ganzen Indizes, auch durch den S&P. Da ist die Situation ähnlich. Der Markt will es offensichtlich noch nicht. Es gibt Rücksetzer. Wir sehen das hier so vereinzelt hier. Aber die Rücksetzer so richtig grenzwertig mit der Überschneidung, wenn ich mir das hier so hinten angucke. Ich würde es mir persönlich wünschen, dass wir runterkommen. Und das sage ich nicht aus Böswilligkeit, sondern das sage ich daraus, weil wir dann wieder einen Aufhängungspunkt haben. Wieder etwas, wo wir uns daran festhalten können und sagen können, ha, das ist jetzt wieder korrektiv, jetzt gehe ich wieder rein. Jetzt ist so ein bisschen der Punkt, soll man noch, soll man nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe früher so oft genau am höchsten Punkt dann gesagt, jetzt kaufe ich ein. Das führt natürlich nicht unbedingt zur Zufriedenheit. Leider umgekehrt manchmal dazu, dass man sagt, jetzt steige ich nicht mehr ein, obwohl es dann noch ein bisschen weiter geht. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Positionsgrößenbestimmung. Wenn ich jetzt irgendwo einfach long einsteige, dann weiß ich nicht so richtig, wie weit mein Stop weit weg liegen soll. Wenn der Stop eventuell aber nicht klar definiert ist, dann darf ich ja keine Mengen handeln, keine großen Mengen schon gar nicht, sondern muss wirklich winzig sein, denn falls es doch in die falsche Richtung geht. Also es ist alles nicht so schön, wie ich mir das idealerweise vorstelle und deshalb würde ich mir einen Rücksetzer jetzt noch mal wünschen, an dem wir uns dann aufhängen können. Das gleiche gilt für den Nasdaq. Auch für den haben wir eine ähnliche Situation, abgesehen mal von dem, was wir hier als Bornbar auch noch mal definiert haben. Einige von euch haben es ja schon mitgekriegt und mitverfolgt. Hier das Signal, was wir da bekannt gegeben haben. Also aktuell ist das immer noch eine Bewegung, die noch nicht wirklich zeigt, dass sie nach unten sich drehen will. Ihr seht das, solange die Bewegung in die eine Richtung stark ist, das ist wieder was, was wir vielleicht auch am Nachmittag noch mal sehen, und die andere Seite eben relativ schwach ist, habt ihr eine Idee, dass abwärts nicht das präferierte Bild ist. Also insbesondere, wenn er das Ganze dann entsprechend triggert. Ob das jetzt hier die goldene Gelegenheit war, dass man nachts um 4 Uhr raus musste, da ist der Kurs ja dann doch irgendwann in den frühen Morgenstunden verhungert, ist noch mal einmal runtergekommen und anschließend nach oben. Aber das ist zumindest mal eine Sichtindikation. Man muss es ja nicht unbedingt nachts verwerten, aber man hat dann zumindest mal eine Idee, worauf man da guckt. Wenn allerdings eine Seite stark, die andere auch stark, dann ist das erst mal eine Abwartensituation. So, also ihr seht das. Es ist und bleibt weiter spannend, was die Indizes hier hinfabrizieren. Aus meiner Sicht müsste der Rücksetzer kommen. Solange er sich aber nicht anzeigt, macht es keinen Sinn zu sagen, ich mache schon mal so ein bisschen im Vorhinein. Bitte tut euch das nicht an. Rechnet damit, dass der Rücksetzer kommt. Lasst euch dann nicht überraschen. Aber bitte nicht vorwegnehmen, solange der Markt jetzt nach oben geht und ihr vielleicht schon auch long seid oder noch long seid oder wie auch immer, könnt ihr diese Welle noch durchaus mit reiten. Das ist überhaupt kein Problem. Nur wenn der Kurs anfängt, überlappungsfrei, möglichst zügig nach unten zu gehen, so ähnlich wie hier, und dann allerdings wackelig nach oben zu kommen, dann solltet ihr hellhörig werden wie eine 60er-Jahre-Wohnbau und dann mal schauen, ob es nicht vielleicht doch dreht und in die falsche Richtung dann entsprechend weitergeht. Also sprich nach unten. So, also mit diesem positiven Ausblick kann ich euch eigentlich nur in den Nachmittag entlassen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Suche nach der richtigen Marktsituation. Wir werden jetzt selber noch ein bisschen drauf gucken, was die Märkte machen. Die verschiedenen Titel, seien es Währungen, seien es Aktien, seien es Commodities. Also auch da gibt es sicherlich eine Menge sich anzugucken. Macht es, es lohnt sich mit Sicherheit. Alles Gute, bis dann.